Hallo Freunde! Willkommen zurück zu Star Wars Battlefronts! So, dann gucken wir mal, was wir hier reißen können auf dieser Karte. Worum es überhaupt geht hier. Ok. Die Explosion ist schon mal fett. Wir müssen in die Richtung... Oh ja. Oha, ok. Der 2-Einsatz mit X. Einen Kontrollpunkt! Quatsch. Boah, geil. Stier. Lava! Heiß! Ich brauche einen Flieger. Yes. Wo bleiben unsere 3 Apferkläger? Ja, das ist geil. Juhu! Yes! So, erstmal ein bisschen klarkommen hier mit dem Ding. Kann ich euch mal ein bisschen die Karte zeigen? Oh ja. Das ist die falsche Richtung, Soldat! Ah! Pass auf! Nein! Besieg von dir selbst! Okay! Ah! Ein paar Mal haben meine Sch*** getroffen. Ich geh mal rein in den Bunker. Oh! Oh, aussitze ich sterbe nicht. Mal rennieren hier. Die Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr soweit seid! Und da ist ja ganz einfach bei mir. Ich bin nicht leid. Ich habe die Karte gewollt. Ich bin nicht leid. 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 ist das ding nicht aber wir haben gewonnen so leute neue karte neues glück hier startet in wenigen sekunden und los geht's ich habe eine neue waffe am start gerade freischaltet cool gucken wir mal das einsetzen wo wir es einsetzen ich eigentlich dauerfeuer ja die ist gut ist gut wie fest ich stelle es hier auf sie rennen wie die hasen feuert wenn ihr bereit seid wir brauchen die mehrzahl der kontrollfunktion ja schon geil kann ich das noch mal abbauen mit skywalker zu weit von eurer position geordnet schaltet hier die haus mhm ist voll gut ein hammer zweiten haben wir wow ah Mist skywalker der luke ist auch eine geile karte ja also mit bunker und außenanlage nice nice ja ich gehe mal in die schütze rein wo ok eh so dämlich ist die schütze hier aber das bringt so nichts woanders hin ein paar mal getroffen schon wieder getroffen geil ist nice ja komm Ich hab mich so runtergebracht. Ich hab mich so runtergebracht. Wir verlieren eine Rundfunkung! Haben wir dazu beigetragen? Ich geh mal hier rein, dann ist es Schütz! Äh! Ah ja, ist das geil! Das ist noch mein Geschmack! Wieso? Ach so, das ist ja der Sinn! Ooooooh! Geil! Geil! Er rett wer? Ah, schade! Da war seine besser! Ich bin der andere noch... Ah ne, der einzige Schuss, welches ich nehme, ist zu dumm! Der Lore persönlich! Nolo in der Nähe eurer Position geauftet! Hi! Hey! Mist! Ich bin beim Lore respawned, geil! Wir besetzen einen Kontrollpunkt! Wir müssen sie stoppen! Ja! 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 Ich bin beim Lore! Ja! 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 Mal da hinten kommt etwas... Schon! Das ist cool! Das Ding ist cool! Vielleicht kommen sie mal durch hier! ah die abkühlzeit ist viel zu lang abkühlzeit ist viel zu lang oh mal gut dass wir ausgestiegen sind Mist, aber ich habe ihn auch gekriegt das ist der Körper das ist der Körper weißt du, was nicht die Ich komme! Ah Mann, ja! Ah, der Turm! Ah, der Turm! Rennen Turm! Schnell! 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 Ah, Mist! Hätt ich mal links geguckt! Äh! Wir verlieren gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen! Ja, ich versuche wieder mal hinzukommen. Ich weiß ja, links sind da ich, aber ich versuche es einfach. Schnell! Ah, ich wurde entdeckt. Ich gehe in das Geschütz rein, ja? Puhl ab! Ich bin schon! Komm schon! Nimm diesen dämlichen Punkt ein! Nimm diesen dämlichen Punkt ein! Komm schon!